Wie schaut es aus, Timi? Entschuldigung gar nicht. Ha? Schaut aus dem Scheihofer. Ja. What the hell? Der ist aber auch gegangen. Bist du deppert? Hast du es gesehen? Bist du deppert? Was? Der ist der 7. Motor. Hast du es gesehen, wie er gegangen ist? Bist du deppert? Aber ich glaube die Schrauben heißen nichts. Die Schrauben? Ja. Ja. Ah, der fliegt geil. Wie mein Walter? Ich kann gar nicht gedacht. Der Dixabandl ist runtergegangen. Wahrscheinlich von Marco. Geiles Dix.